Die Corona-Pandemie könnte bald wieder zu einer Epidemie werden. Aber was genau bedeutet das eigentlich? Pandemie, Epidemie, Endemie. Das Landesstudio Kärnten hat sich mit dieser Frage beschäftigt und zusammengefasst, wie sich diese Begriffe voneinander unterscheiden. Nehmen wir einmal Zecken und FSME. In Österreich ist die Frühsommer-Meningoenzephalitis-Erkrankung ein typisches Beispiel für eine Endemie. Denn eine Endemie ist örtlich, aber nicht zeitlich begrenzt. Dazu gehört auch Malaria in vielen Gebieten in Afrika, Südamerika und Asien. Nehmen wir das Ebola-Fieber in Westafrika, das von 2014 bis 2016 gewütet hat. Das ist eine Epidemie gewesen, nämlich örtlich und zeitlich begrenzt, die meist mit einem raschen Ansteigen der Krankheitsfälle einhergeht. Eine Epidemie wird zur Pandemie, wenn sie sich von ihrer örtlichen Begrenzung befreien kann und auf der ganzen Welt auftritt. Die Mensch-zu-Mensch-Übertragung spielt dabei die wesentliche Rolle und die Zeit der Globalisierung, in der wir gelebt haben, ist für die Ausdehnung eines Virus ein Schlaraffenland. Und dafür ist das Coronavirus das beste Beispiel dafür. Ausgehend von einer für chinesische Verhältnisse kleinen Stadt in China hat es innerhalb weniger Wochen die ganze Welt erobert und Millionen von Toten gefordert. Die Wissenschaft hat extrem effizient gearbeitet. Wir werden auch Varianten bei Covid und anderen Pandemien meistern können, wenn wir diese Lektion jetzt lernen und einfach zur Kenntnis nehmen, dass wir eben eine Molekularbiologie brauchen, dass wir eine Gentechnik brauchen etc. und nicht nur stolz sind, dass alles genfrei sind, weil unsere Impfstoffe sind es definitiv nicht und das zum Glück. Man könne also, was neu auftretende Krankheiten betrifft, optimistisch in die Zukunft schauen. Die heimischen Infektionsexperten sehen die Wissenschaft gut gerüstet im Kampf gegen neue Krankheiten.